Hallo Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir spielen das neue Event, bzw. alte Event. Diesmal aber auf meinem Low-Rank-2-Account, einfach weil ich hier gerade für den Ito ein bisschen gefarmt habe, brauche ich jetzt nicht nochmal den Account wechseln. Ab Abenteurer Stufe 20, okay. Hauptgegner. Joa, uff. Mann, oh Mann, oh Mann. Gucken. Also. Höchst für Ausdehnung, Reaktion unter Strom. Das ist eine Kampf-Herausforderung, man bekommt gestellte Charaktere, muss also nicht mit seinen eigenen da rein. Man kann Buffs rundum einsammeln und so weiter. Das hatten wir schon mal. Man kann kleine Herausforderungskämpfe machen. Ähm, läuft halt einmal ab, bis man den Weg nach unten freigeschaltet hat. Nichts Besonderes. Ja. Halt, Stopp. Kommst du? Ja. Danke, Adem soll jetzt. Hallo, was? Stipsel bitte weg. Stipsel bitte weg. Okay. Ähm, hier war Ego. Äh. Da. Okay. Äh, da, 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 da. Die Richtung muss irgendwo die andere sein. Hier ist nachher der Finalkampf unten drin. Äh, das ist Heilung. Hier. Let's go. Hier. Ring Cutter. Enhanced Animal Module 75. Flash. Ja. Glory to the Shogun. Shine down. Huh. 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 Inazuma shines eternal. Huh. 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 Ja, ich weiß, ich muss Raidens Chakram hinten erst komplett chargen, damit ich denn die volle Angriffskraft habe. Und so weiter. Ähm. Das war jetzt richtig? Warte. Ja. Okay, eins noch. Was geht's vor. Huh. Huh. Was geht's vor. Hey. Hey. Who's drew? Huh. Huh. No, my. Thio. Animo hypostasis Emulation. Animo tests 62? No turning back. Quiver. Huh. 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 Shine down. Inazuma shines eternal. Huh. Huh. hast du mich gechancen du verteidigungseinheit ich hätte und da und speed buff ist sie irgendwo da Damage buff. Das kann doch wohl nicht sein. Ich will doch nur diesen Rappen holen. Noch ein bisschen. Okay. Viel zu lange gedauert. Aber ja, also man muss nicht durch alle Räume quer durchrennen und so weiter. Ich löse halt den Effekt aus, haben wir geschafft und bestehe die Führung, haben wir geschafft. Ja, wie gesagt, die Zeit ist ein bisschen. Bäh. Prüfung Eis. Okay. Löse. Gefroren aus. Okay. Okay, Nummer 2. Ich war einmal schon kurz drin, habe das Einfrieren gemacht. Aber ich habe den Boss nicht geschafft, weil wir keinen DPS haben. Ähm, sobald sie tot ist, ist es vorbei. Sehr, sehr nervig. Deshalb müssen wir alle Eis-Charaktere reinholen. Ähm, einfrieren ist... Es liefen überall Wasserviecher rum oder so. Also... Diese 20 mal bekommt man sehr, sehr schnell fertig. Ähm, da. Ich muss diese Ibis-Mate scheiße... Hm, ich greife. Und ihr Biss-Milchus-Brüßler wirklich so schnell wegbekommen wie möglich. Weiche! Ehrt! 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 Yeh ne? Whirling snow! Freeze! Spetsch! Znaaaah! Tch! 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 Mh.. Mh.. Tch! Hm.. Tch! Hm.. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Pew, Pew! Sakura Swirl! Whirling Snow! Dodge this! Ring Cutter! Don't get frostbite, cool it! Diana Special! Hiya! Meine Entschuldigung! Okay. Ich vergesse immer wieder, dass die Karte ja nicht geht. Sorry. Das wollte ich gerade nicht. Das war... Unfall. Ach, komm. Ich will halt das Ding schneller fertig kriegen als das Erste. Hallo? Danke. Ja. Oh, so sorry. Kamisato Art. Sumenter! Look at you! Nein, ihr habt einen Schiiiit! Schön so stehen bleiben. Ich bin ein Schiiiit! Ich bin ein Schiiit! Dieser Moment wird gefeiert! Ich bin ein Schiit! Ich bin ein Schiit! Ich bin ein Schiit! Ring Cutter! Ich bin ein Schiit! Warum hast du das so falsch in der Seite gemacht? Das kriegt ihr nicht in Ordnung. Ja! Ja, ja, komm. Ich bin ein Schiit! Okay... Ich bin irgendwo einen Angriffs-Buff... Jede Kante... ...wird hängen geblieben... sieben Nein 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 Ah toll Wir müssen ja auch eine Bunkschlage, wenn wir dabei sind. Okay, geschafft. Beide Sachen komplett fertig. Ja, ein bisschen Wildes rumgeklicken. 5,52, 5,36, yay. Schnelle geschafft. Ja, wie gesagt, das ist ein Frieren hier schafft man sehr, sehr schnell und auch hier dieses Unterstrom Reaktion auch eigentlich mega einfach. Ja, das kommen halt jeden Tag so ein paar Kämpfe mit dazu und das war es auch schon. Also es ist wirklich nichts großartig extravagantes gemacht und einfach nur wirklich so eine Kleinigkeit. Schade, dass man da wieder zurückgegangen ist, dass man 40 und 20 bekommt, nicht so wie beim letzten, wo man überall 60 bekommen hat an Urgestein. Das ist, wenn auch überall hier 60 geben würde, könnte man nochmal für Ito pullen, aber nein. ... ... ... ...